Die Situation an der US-Mexiko-Grenze, Zitat, gerät außer Kontrolle. Doch US-Präsident Joe Biden habe dies noch nicht eingestanden. Das sagte der republikanische Minderheitsführer im US-Repräsentantenhaus, Kevin McCarthy. McCarthy sagt, dass dies zu einem Problem der nationalen Sicherheit werden könnte. Es wurden mehr als 100.000 Migranten aufgegriffen, ein 7-Jahres-Hoch und ein Anstieg von 173 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitpunkt des Vorjahres. In einem Brief bat McCarthy den US-Präsidenten um ein Treffen zur Lösung der Krise. Doch bislang gibt es auf seine Anfrage noch keine Antwort. Er hat nicht einmal die Krise eingestanden, die er verursacht hat, geschweige denn einen Termin für einen Treffen zur Lösung festgelegt. Zusammen mit einem Dutzend Mitglieder des Repräsentantenhauses plant McCarthy am Montag an die Grenze zu fahren. Dort wollen sie sich ein Bild von der Situation machen und versuchen, eine Lösung zu finden. Wir wissen, die Lösung ist ziemlich einfach, da das meiste davon durch Bidens Maßnahmen in einem kurzen Zeitrahmen verursacht wurde. Außerdem sagte McCarthy, er teile die Meinung des mexikanischen Präsidenten. Sogar der Präsident von Mexiko meinte, die Menschen, die an die Grenze kommen, würden in Biden den Präsidenten der Migranten sehen. Er bezieht sich dabei auf einen Exklusivbericht von Reuters, der auf internen Einschätzungen beruht, die der Nachrichtenagentur vorliegen. Darin heißt es, Mexikos Regierung sei besorgt, dass Bidens Asylpolitik der organisierten Kriminalität ein Geschäft verschaffe. Ein mexikanischer Beamter sagte Reuters, seit dem Tag, an dem Biden sein Amt antrat, habe das organisierte Verbrechen seine Strategie geändert. Sein Niveau an Hinterhältigkeit sei beispiellos geworden. Und McCarthy warnt, dass viele Grenzstädte in den USA bereits Opfer ihrer Verbrechen geworden sind. Wir sprachen mit dem Bürgermeister von Uvalde, Don McLaughlin. Er sagte, die Einrichtungen dort sind überfüllt. Die Grenzpatrouille muss Migranten einfach mitten in der Stadt freilassen. Die Migranten sind manchmal bewaffnet. In den letzten zwei Wochen mussten sie die Schulen schließen, weil bewaffnete Migranten unterwegs waren. Im Januar wurden mehrere Beamte angeschossen. Und das ist nur diese eine Gemeinde. Trotzdem weigert sich die US-Regierung, die Situation als Krise zu bezeichnen. Stattdessen spricht sie von einer Herausforderung. Eine Beamtin des Weißen Hauses erklärt den Migrantenansturm wie folgt. Wir haben schon früher Anstürme erlebt. Anstürme gibt es, wenn Hoffnung aufkommt. Und es gab erhebliche Hoffnung auf eine humanere Politik. Und diese sogenannte Hoffnung veranlasst die Migranten nun massenweise zu kommen. Doch das Weiße Haus betonte auch, Zitat, die Grenze ist nicht offen und riet davon ab, sie illegal zu überschreiten.